Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Amazing Grace im Frühling. Ja, dieses Lied ist eher ein spirituelles Lied und ich hoffe es wird euch gefallen. Viel Spaß heute. So, das war's. Ich hoffe es hat euch trotz einiger Fehler gefallen. Wir sehen uns dann am nächsten Wochenende mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.